Hallo und ganz herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Video, was ihr relativ oft anfragt. Und zwar geht es um meine Tattoos. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn ich die Bedeutung für mich behalte. Ja, keine Ahnung warum eigentlich, aber ich werde es so ein bisschen oberflächlich erklären und zeigen vor allem, was ich alles für Tattoos habe. Und ich habe mir den Latexhandschuh ausgesucht, weil ich gucken wollte, ob ich das dafür verwenden könnte für das heutige Video, weil ich das so drüber streiche. Naja, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall darfst du mir, bevor ich jetzt starte, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du auch Tattoos hast. Und wenn ja, wie viele. Das würde mich mal sehr interessieren. Okay. Gut, schau mal, ich habe mir heute so ein satte Bändchen hier reingemacht. Aber ich hätte, glaube ich, lieber die andere Seite nehmen sollen. Naja, kann man ja wieder raus machen. Okay, wir fangen mal direkt an meinem Hals an. Das kennen bestimmt die meisten und da habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und zwar ist das mein Sternenbild. Denn ich bin ein Stier und da ich an so Horoskope und so weiter glaube und ich einfach alles lebe, was mit dem Universum und mit dem Weltall und so weiter zu tun hat, ja, fand ich das einfach eine schöne Idee. Also, so viel steckt da jetzt gar nicht hinter. Aber ich liebe einfach alles, was so mit Horoskopen und Spirituellem zu tun hat. Ja, das auf jeden Fall dazu. Dann machen wir weiter mit meinem Arm. Dann ziehe ich mir einmal den Latexhandschuh aus und an meiner anderen Hand an. Und wir starten mal mit diesem hier. Und zwar steht da Carpenock, damn, das ist voll schwierig zu zeigen, mit so einem kleinen Hund. Und es war ursprünglich geplant, dass ich das nur so ganz klein hier oben hinschreibe. Und eigentlich wollte ich das gar nicht so groß haben, sondern wirklich nur ganz klein. Da meinte aber damals der Tätowierer, dass das so klein nicht gehen würde. Und ja, da steht Carpenock, dem, Carpenock, dem, Carpenock, dem, Carpenock, dem. Und das heißt, nutze die Nacht, denn ich bin einfach ein absoluter, absoluter Nachtmensch. Ich liebe die Nacht, aber es ist auch so, dass ich den Tag liebe. Deswegen dachte ich schon, müsste ich mir eigentlich hier auch Carpe Diem hinschreiben. Aber das lassen wir vorerst einmal sein. Ich glaube, das war auch, wenn nicht sogar, mein erstes Tattoo. Dann geht's weiter. Wir machen erstmal hier weiter mit diesen. Ja, und zwar ist das eine Sonne und das Meer. Ich liebe einfach das Meer und die Sonne und generell die Emosphäre, wenn ich am Meer bin. Das hat jetzt auch nicht so eine tiefe Bedeutung, aber ich liebe halt einfach diese zwei Sachen. Das Meer und die Sonne. Ich möchte ja auch unbedingt später mal ans Meer ziehen, früher oder später mal sehen, wenn das sein wird. Ja. Dann habe ich hier mein Yin und Yang Zeichen, mein Yin und Yang Symbol. Es gibt immer zwei entgegengesetzte Kräfte, die miteinander im Einklang stehen. Und dazu kann ich dir auch mal gerne im Bild zeigen, was ich super finde. Das fasst das alles so ein bisschen minimal zusammen, weil Yin und Yang hat echt eine große Bedeutung. Und wenn du dich dafür interessierst, dann googelst du das am besten mal. Und zwar steht da das hier. Ich lese dir das mal eben vor. Here's the good. Und dann ist der weiße Punkt gemeint. Here's the bad. Der schwarze Punkt. Here's the bad in the good. Ja, der weiße Teil mit dem schwarzen Punkt. Here's the good in the bad. Die entgegengesetzte Seite. And this is life. Und ja, in einem Guten steckt auch immer was Böses und in einem Bösen was Gute. Also es ist ein ziemlich, ziemlich komplexes Symbol. Eigentlich ein einfaches Symbol, aber dennoch steckt da sehr viel hinter. Okay. Dann haben wir hier eine Sternschnuppe, die mir mal von einer Freundin gestochen wurde. Mit der ich auch heute keinen Kontakt mehr habe. Aber ich bereue das überhaupt nicht. Ich finde das voll süß. Das ist eine kleine, grüppelige Sternschnuppe. Ja, genau. Dann habe ich hier noch irgendwas am Arm. Ich suche überhaupt irgendwas, was ich vergesse. Das war es aber von dem Arm, wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay. Dann ziehe ich mir mal wieder den Latex-Handschuh aus. Die andere Hand. Und ob das eh so viel Sinn macht, weiß ich nicht, aber für ein paar Geräusche nebenbei. Okay, okay, okay. Mit welchem fangen wir denn hier an? Wir nehmen mal das, was ich wieder so kompliziert zeigen kann. So. Und zwar haben wir hier dieses kleine Tätöchen. Das ist angeblich eine Moon-Glyph. Ich weiß nicht, ob es diese Moon-Glyphen wirklich gibt. Aber ich finde die so schön. Und das ist jetzt ein Zeichen für Will. Also für Wille. Und ja, ich liebe einfach so Zeichen, wo man vielleicht selber nur die Bedeutung von weiß. Oder halt andere, die sich jetzt in dem Fall auch für diese Moon-Glyphen kennen. Dann, ähm, ich kann mal kurz gucken. Moon-Glyph. Und da gibt es ganz viele. Ich würde mir da auch voll gerne noch mehr von stechen lassen. So sehen die halt alle aus. Und ich liebe diese Art, so wie die aussehen. Und das sieht irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll aus. Ja, ähm, genau. Und dann habe ich das. Dann habe ich... Achso. Ja, Wille. Das soll mich einfach... Ich weiß nicht. Ich fand das einfach cool als Zeichen, wie gesagt schon. Und das soll halt auch immer zeigen, dass ich einen starken Willen habe. Und ja, ja, dass ich alles schaffen kann, was ich will. Dann haben wir hier diese zwei kleine Xer. Und die stehen für... Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ja, das passt zu dem anderen ja auch gut. Das ist ja auch das Zeichen für Wille. Ähm, ja, das sagt der Spruch halt. Selbst vorhin Wille ist es auch ein Weg. Denn, ähm, alles, was man schaffen möchte und sich fest vornimmt, das schafft man auch. Dann habe ich hier... Nehmen wir erstmal das hier. Dieses hier. Das ist ein Mond mit Kristallen, Blümchen und so ein bisschen, ja, funkelnden Sternchen. Einfach so ein Funkeln halt. Und, ähm... Ich kann das so schlecht zeigen. Auf jeden Fall liebe ich den Mond. Liebe ich Kristalle und liebe ich Blumen. Ähm, ja, das fasst das einfach alles zusammen. Und ich habe das Tattoo mal online gesehen. Und fand das so schön, dass ich mir das stechen lassen wollte. Ähm, das war auch keine Entscheidung von heute auf morgen. Sondern das Tattoo hatte ich echt lange in meinem Tattoo-Album. Und wollte das unbedingt gestochen haben, weil ich das so schön finde. Und... Ja, ich lieb's. Ich hab die Tattoos jetzt auch schon extrem lange. Also ein paar Jährchen auf jeden Fall. Und, ähm... Ja. Dann kommen wir zum nächsten Tattoo. Und zwar steht da... So sieht das immer krumm aus, wenn ich das so halte. Ähm... Hallo. Sekundenbruchteile steht da. Und da hat mich auch letztens eine Frau, wo ich tanken war, darauf angesprochen hat, dass irgendwas Arabisches ist. Ist so, nee, das ist deutsch. Und, ähm... Ich wollte das auf jeden Fall so lang gezogen haben. Ich find das so, so schön. Ja, mit dem Wort Sekundenbruchteile verbinde ich auf jeden Fall was Persönliches von früher. Und, ähm... Es ist einfach so, dass das Leben sich in Sekundenbruchteilen ändern kann. Und ich wollte halt immer irgendwie so ein Wort tätowiert haben. Und Sekundenbruchteile passt einfach richtig gut. Ähm... Es gab auch mal das Lied Laura von Prinz B. Und da gibt's auch eine Zeile, äh... Sekundenbruchteile... Moment, ich hab's ernsthaft vergessen. Moment, 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 Moment. Sekundenbruchteile, keine Bremsspur zu finden, dann klicken, Stille bei klingelnden Ohren. So bin ich erfroren im inneren Norden. Ja, ähm... Es ist einfach so, dass zum Beispiel auch mit den Videos, alle Videos, die ich mal gedreht habe früher und die ich noch drehen werde, das sind alle Sekundenbruchteile aus meinem Leben. Oder alle Bilder, die ich poste, auf Instagram, das sind alle Sekundenbruchteile und es kann sich einfach so viel in Sekundenbruchteilen verändern. Ähm... ich mag das Wort einfach sehr, sehr gerne. Das erinnert einen vielleicht auch nochmal dran, dass das Leben, ja, von jetzt auf gleich anders sein kann. Dass das Leben echt kurz ist, aber, ähm... Ja, dass man sich jedes Sekundenbruchteil genießen sollte, leben sollte. Und, ja, ich kann meine Tattoos nicht erklären. Wie ihr seht, das fällt mir total schwer, weil ich selber weiß, warum ich das habe, aber... Ich kann's irgendwie so schlecht nach außen tragen, aber ihr wolltet das Video unbedingt sehen. Ähm... ja, okay. Okay, dann machen wir weiter mit dem hier hinten. Ja, wie ihr seht, das ist eine Muschel, denn ich liebe Muscheln, so wie ich auch den Mond liebe. Kristalle, Blumen, Mondglüfen, das Universum. Ähm... ja. Da gibt's einfach nichts zu sagen, außer ich liebe Muscheln. Auch immer als kleines Kind habe ich schon Muscheln gesammelt. Wie verrückt und, ähm, das ist bis heute so geblieben, aber man darf das ja jetzt leider nicht mehr, ähm, zumindest darf man die dann nicht mit nach Hause nehmen. Auf Sardinien gibt's so wunderschöne Muscheln, aber, ja, ähm, man kann's ja auch irgendwo verstehen, aber so ein paar Muscheln würde man schon gerne mitnehmen. Ähm, und die haben in Italien auch so ein... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon überall so ist, dass es so hohe Strafen gibt, wenn man Sand mitnimmt. Und, ja, auf jeden Fall, das hier hätte ich mir auch ruhig über den ganzen Arm machen können. Ich liebe das einfach so, so sehr. Mal sehen. So, jetzt muss ich gerade gucken, ob ich hier noch irgendwo eins habe, wo ich nicht drum gedacht habe. Nee. Okay, okay, dann kommen wir zu den letzten und, ähm, da weiß ich noch gar nicht, wie ich euch die zeigen soll. Vermutlich muss ich ein Bild davon machen. Die sind nämlich unten an meinem Fuß. Ich werde die mal eben abfotografieren. Das ist am einfachsten. Also. Dritte. Okay, also. Ich habe so ein, ein kleines Herzchen an meinem, ja, Knöchel. Also über dem Knöchel. Dann habe ich ein, ein Pfeil, der ist ein bisschen dick gestochen, aber finde ich trotzdem immer noch richtig, richtig schön. Und dann noch ein Planeten, ein Saturn. Und das hat die Freundin mir gestochen, die auch diese kleine Sternschnuppe gemacht hat, ähm, sozusagen zum Austesten von ihrer Tätowiermaschine. Und, äh, ich habe mich sehr, sehr gerne bereitgestellt, weil ich liebe so kleine, vergrüppelte Tattoos. Keine Ahnung warum. Ähm, und, ja, Herz einfach, weil es süß aussieht. Ein Pfeil, weil das die Bedeutung haben soll, dass es immer weiter nach vorne geht und man nicht zurückblicken sollte. Ähm, also schon auch zurückblicken, aber den Blick immer nach vorne gerichtet haben. Und in Saturn auch, weil ich, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das Universum sehr, sehr liebe. Und auch Stunden mich damit beschäftigen könnte, weil ich das einfach so interessant finde. Denn, ähm, ich glaube, nichts ist hier so, wie es scheint, auf der Welt. Und es gibt vieles, was wir nicht wissen. Ähm, ob wir das jemals erforschen werden, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Schiss davor. Also ich werde das wahrscheinlich eh nicht mehr mitbekommen. Aber dieser Wissensdurst von den Menschen, der wird nie gestellt. Und die wollen immer mehr dazu lernen, beziehungsweise nicht mehr dazu lernen, aber immer mehr erfahren von der Welt. Und auch, was da oben so im Universum abgeht. Ähm, was in unseren Gehirnen wirklich abgeht. Und ich denke, dass das selbstzerstörerisch werden könnte, irgendwann. Ähm, weil die Menschen einfach nicht wissen, wann genug ist. Und, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das dazu. Jetzt kommen wir noch dazu, welche Dattu sich noch haben möchte. Ich hätte sehr gerne noch ein Mutter-Tochter-Dattu. Und wir wollten das auch eine Zeit lang machen. Denn jetzt weiß ich im Moment nicht mehr, ob meine Mutter sich da noch so sicher ist, dass die eins haben möchte. Aber, ähm, sie hat mir letztens auch eins geschickt. Wir wollten zuerst ein, ähm, Tattu mit so einer Lotusblüte. Äh, also, ich denke, das würden wir auch immer noch wollen. Aber letztens hat sie mir was richtig, richtig Schönes geschickt. Und dann würde meine Mutter vermutlich das mit der Sonne nehmen und ich das mit dem Mond. Ja, das finde ich richtig, 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 richtig schön. Und dann, ja, überlege ich halt noch wegen diesem Karpetiem, ob ich mir da jetzt auch noch Karpetiem hinmachen soll. Ich glaube aber, dass ich das nicht machen werde, weil das mir schon echt eigentlich, ja, ein bisschen zu groß ist. Ich hätte das gerne etwas kleiner gehabt. Und wenn, dann muss man das gleich machen, sonst sieht das auch blöd aus. Und, also, finde ich zumindest jetzt nur meine Meinung. Und dann wollte ich schon seit Ewigkeiten noch einen roten Pfeil haben, aber einen längeren Pfeil irgendwo in dem A-Bereich, weil ich das ganz, ein ganz, ganz schönes Symbol finde. Und, ähm, ja, das habe ich ja gerade schon mal erklärt, einfach, dass es immer weiter gerade ausgeht, man immer nach vorne schauen soll. Und, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Dann kann ich euch mal zeigen, wie das so doch hier, wie das aussehen sollte. Und zwar da, wo die Pfeile drauf sind, die türkisen. So einen würde ich gerne in rot haben. Aber rot, das ist halt so eine richtig tolle Farbe. Und, ähm, hat auch eine, ja, krasse Bedeutung sozusagen. Also, Liebe kann das ja bedeuten. Das kann ja Schmerz bedeuten. Und ich finde, das passt einfach. Ich kann es echt schwer in Worte fassen, aber ihr wolltet das Video, ihr habt es jetzt bekommen. Und, ja. So, das war es jetzt von meinem chaotischen Video. Sorry, dass ich euch meine Tattoos nicht näher bringen kann, aber das sind einfach Bedeutungen, die ich so für mich halte. Und, ja, aber so habt ihr wenigstens jetzt mal alle gesehen. Danke fürs Zuschauen. Und ich sage, ciao, ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Bye, bye, bye. Ciao, tschüss. Bye. Bye.